Ich bin doch abfahrbereit. Ich glaube, ich bin an dir interessiert. Faszinierend, aber nicht mein Typ. Das war jetzt durchaus interessant. Das war jetzt zumindest sehr lustig. Ja, aber was haben wir denn für ein Datum? Steht das da? 19. Mai. Das heißt, ich warte jetzt bis zum dritten? Ist das sinnvoll? Ich wälze noch mal Bücher. Also was heißt, ich wälze noch mal Bücher? Ich schaue mich noch mal um, was es noch für Bücher gibt. Erste Hilfe Buch könnten wir ja ... Wir nehmen mal ein Erste Hilfe Buch mit. 381. Mit was können wir das ausgleichen? Als Tauschhandel. Ja gut, der Leguan am Spieß bringt nichts. Die Munition ... ... sind 140 insgesamt. Das ist jetzt auch nicht gerade viel. Ja, Red X lasse ich mal lieber. Hier die beiden Spieße. 156. Ein Seil. 181. Na gut, dann legen wir einfach mal 200 noch drauf. Und dann ist das Geschäft besiegelt. Zumindest das. Was ist das hier für ein Buch? Pfadfinder Buch. Habe ich das jetzt gerade rausgeschmissen aus Versehen? Oder habe ich es mal wieder in den Rucksack geparkt? Ich habe jetzt irgendwie ... War ich jetzt zu schnell? Ja, ich habe es in den Rucksack geparkt. Komm, wir lesen es gleich. Dann ist das erledigt. Und das Erste Hilfe Buch wollte ich lesen. Okay. Okay. Wie sehen denn da die Fähigkeiten jetzt aus? Erste Hilfe 72%. Stehlen 27, Falle 25, öffnen 40. Reparieren 38, Wissenschaft 46%. Immerhin. Ich schaue nochmal nach, Naturbursche 74. Nette Sache. Am 3. Juni. Wie soll das funktionieren? Ich gehe nochmal woanders hin. Du, was mit den Jungs? Ach so. Du machst hier gute Arbeit. Ja, das ist die Polizei gewesen. Die Hub-Polizei. Die haben wir aber gerade nicht gebringt. Was ist jetzt hier? FS hier. Potenzieller Kunde, freigebe zu deinen Diensten, Kredite. Handelt der auch? Er hat Geld. Er hat schlicht Geld. Aber ich habe jetzt gerade einfach nichts, was ich verkaufen könnte. Eigentlich kaum mit Informationen. Wie steht es mit den Children? Wo kann man hier Mr. Decker? Erzähl mir was von Decker. Vielleicht kriegst du sogar eine Prämie. Was meinst du damit? Keine Prämie, aber es ist in Ordnung, glaub mir das. Was auch immer, also ein Kredithai, ein klassischer Kredithai. So, was ist? Ach, das war ja das Casino, beziehungsweise eine Bar, nix. Ja gut, das ist ja jetzt eher sinnfrei. Also wir können ja jetzt bis dritten warten. Das ist ja im Grunde nicht das Problem. Wir können einfach nochmal rausgehen in die weite, weite Welt. Können mal, was weiß ich, eine große Runde um den Hub drehen und zwar irgendwie so. 20. Mai, wenn die am 3. Juni fahren, also das kann ein bisschen dauern. Ja, und da kommen natürlich irgendwo Zwischenfälle. Red Skorpione, na gut. Ach, außer Reichweite. Auch sowas noch. Muss ich also noch einen Zug verwenden. Ja, und damit sind die Red Skorpione erledigt. Das waren nette 440 EP, die ich einkassiert hab. Aber dadurch wird die Munition halt nicht mehr. Das ist eben der große Nachteil aktuell. Das einzige, was ich machen kann, weil es ja hieß 3. Juni. Ich kann mal Richtung Junktown gehen. Ähm, Crash House, genau. Und kann mal sehen, ob... Achso, das war das Falsche. Ich wollte zum Dark Waters. Und kann mal sehen, ob, äh, na, wie hieß er? Ich komm jetzt nicht auf den Namen. Ob hier Dings, der Gizmo kaputt haben wollte. Vielleicht Munition hat. Ist die Tür zu? Achso, die ist zu. Ja, äh, nett. Habe ich sonst noch was zum Lesen? Gelber Schlüssel. Nö, hab ich nicht. Äh, das ist doof. Ich geh mal in das Hotel da drüben. Ich komme natürlich wieder mal nachts an und es ist wieder alles dunkel. Es ist... Es ist... Passiert irgendwie sehr oft. Es ist spät. Jetzt kommen Anderen mal wieder. Toll. Wenn ich jetzt hier einfach irgendwo reingehe. Beispielsweise durch diese Tür. Lande ich irgendwo bei irgendwelchen Leuten. Du befindest dich auf Skulls Territorium. Fremder beeil dich hier. Tut mir leid, Skulls, wer seid ihr Jungs? Wir sind die einzigartige Junktown Gang. Uns gehören die Straßen und wir beherrschen die Stadt in der Nacht. Oh, tut mir leid, auf Wiedersehen. Ich geh einfach wieder. Ich lege mich da jetzt nicht an. Was ist jetzt hier? Jetzt zumindest ein Bett. Kann man das benutzen? Ne. Na gut. Dann reisen wir eben einfach noch mal weiter. Das bringt ja jetzt nix. Das ist zwar ärgerlich. Aber na gut. Skumpit. Natürlich auch wieder sehr lustig. Ich dachte, hier hinten ging es irgendwo noch raus in die Welt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht noch in den Stadtteil. Nein. So, äh... 4.48 Uhr. 10 Uhr noch was. Nein, 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 nein. 12 Uhr noch was. Ich wollte aber, genau... Zum Dark Waters. Im zweiten Versuch. Aber jetzt kann ich ja wenigstens mit... Dings sprechen. Wie hieß er denn? Hey, Tag auch. Was kann ich heute für dich tun? Äh, handeln. Ich hoffe ja, dass er Munition hat. Er hat zwei Diegels. Er hat einen Haufen Kronkurken. Er hat aber nix. Schade. Äh, ein bisschen über die Stadt. Ich will was kaufen. Ich gehe dann lieber. Ja, das bringt jetzt nix. Ich glaube, da gehen wir einfach später zu den Gunrunners nochmal zurück. Da war es ja zumindest ein bisschen vielversprechender. Schade, schade. Kann ich jetzt aber wenig machen. Aber wir können jetzt... Wir haben uns die Zeit ein bisschen vertrieben. Bis zu der Caravan-Mission. Wir kehren jetzt mal zurück Richtung Hub. So, zum Hub. 28. Mai. Na, immerhin. 29. Ja. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen rum. Hier durch die Welt. Damit ist der 30. Mai erreicht. Da haben wir noch einen Zwischenfall. Ach. Die feinen Herren, die mal wieder angreifen möchten. Und ich muss für eine bessere Ausgangsposition erste Mal vier Schritte gehen. Das ist natürlich nicht so geil. Aber den Herren mit der Flinte haben wir zumindest erwischt. Ja, und die, die jetzt hier im unbewaffneten Kampf kommen... Auch selbst der mit der Pistole hat mich ohne Schaden getroffen. Also nett. Die haben sich jetzt gerade ein bisschen an mir abgearbeitet. Ja, und da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Wir gehen einfach die Scheißplitter... Ui! 10 Trefferpunkte kritisch und wirft mich zu Boden. Das fand ich jetzt aber nicht in Ordnung. Die Aktion. So, aber wir haben zumindest wieder ein paar Sachen, die wir dann verkaufen können. Das ist ja jetzt zumindest dahingehend nett gelaufen. Man muss aber dazu sagen, es bringt uns natürlich jetzt gar nichts. Das bringt uns jetzt absolut gar nichts. So, das waren jetzt aber drei von denen. Der nicht. Bei dem waren wir noch nicht. Okay. Okay, weiter geht's. Wir müssen ja ein paar Tage überbrücken. Wir gehen jetzt mal hier noch weiter für ein Feld. Wir gehen jetzt hier mal weiter für ein Feld. und dann gehen wir zurück. 1. Juni. Ah, jetzt ist noch ein Zwischenfall. Äh, du begegnest einer mutierten Kreatur aus der Wüste. Das? Niederer Zentaur. Was ist das? Der redet auch nicht mit mir. Ja, schade. Hallo? Nee, es spricht nicht mit mir. Es bewegt sich zwar, aber es spricht nicht mit mir. Ich gehe einfach mal weiter. So, jetzt aber 2. Juni. Jetzt müssen wir natürlich auch ein Stück weit die Zeit überbrücken. bis zum 3. Juni. Und da haben wir ihn auch schon. Sehr schön. Zurück nach Downtown. Zurück zu den Crimson Caravans. Ähm. Okay. Ich will aber zu deinem Kollegen. Und vorher lade ich nochmal nach. Genau. Und jetzt geht es aber los. Bereit? Wir fahren heute. Oh, warte mal kurz. Äh. Bin noch nicht bereit gewesen. Und ich habe vergessen zu speichern. Ja, das darf nicht fehlen. Wenn jetzt wieder was schief geht. Dann haben wir die Zeit umsonst verplempert. Jetzt geht es aber los. Ähm. Welche Route willst du machen? Oder zum Boneyard, würde ich sagen. Die anderen Psychopathen sind bereit. Wir fahren gleich los. Na dann mal schauen. Und da geht es auch schon los. Das ist einer der Raider. Ich bin auch noch dran. Vier Schritte, vier Schritte. Ich gehe mal hierher. Zack. Schon mal den ersten erledigt. Okay. Ja, ne. Ich werde natürlich auch getroffen. Oh, zwei Trefferpunkte mit dem Messer. Immerhin. Drei Trefferpunkte. Ja, es ist natürlich jetzt ein großer Kampf. Hier hat sich jemand erledigt. Gut. So. Den angeschlagenen gleich weg. Und den hier. Jawohl. Und dann muss ich noch mal zwei Schritte laufen. Der lädt nach. Sieben Schritte. Bis zu dem hin. Und hier sind es immerhin fünf. Fünf. Dann habe ich, wenn es jetzt noch eine Aktion. Genau. Und dann gehe ich den einen Schritt schon mal darüber. Ja, jetzt schiefe ich natürlich die anderen drauf. Fünf Schritte. Und niedergeschlagen. Sehr gut. Dann nehme ich mir natürlich die Sachen gleich mit. Mitsamt Munition. Mitsamt allem. Aber das war doch jetzt nicht nur dieser Caravan. Das war doch nicht alles, oder? Das glaube ich zumindest fast nicht. Dass das für diese Mission alles war. So. Wo ist jetzt die Dame mit dem Speer abgeblieben? Die liegt da irgendwo unten drunter. Ja. Okay. Caravanmitglied. So. Ich würde jetzt einfach mal weitergehen. Da für dich. Hier ist dein Lohn von 600 Deckel. Du bekommst nochmal 600 Deckel, weil du mit uns zum Hub zurückkommst. Wir machen hier eine kleine Pause. Aber geh nicht zu weit weg, sonst fährt der Caravan und dich ab. Dann fährt der Caravan wieder ab. Wir verschwinden normalerweise zwei Stunden nach der Ankunft. Hier gibt es nichts Neues. Also wenn du früher willst, kein Problem. Ne, lass uns zum Hub zurückkehren. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir jetzt hier noch groß... Hier gibt es aber nochmal Ärger. Ein Ghoul. Ja gut, dann hauen wir einfach mal drauf. Ach, das soll ein Raider sein. Das ist aber... nicht wirklich ein Raider. Wir laufen mal vor. Das war ein Wurfspeer. Der war daneben. Ach, ich sehe gerade, wir haben hier unten... Ja gut, kann ich gerade nicht zeigen, weil ich keine Maus habe. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Jetzt reißen sie mich natürlich ein. Jetzt wollen sie mich natürlich treffen. Wir haben hier unten eine Munitionsanzeige. Das finde ich ja ganz lustig. So, den umgehauen. Treffer. Treffer, vielleicht ein dritten Mal. Ja, umgehauen. 240 EP. Ich schaue mal, was die so haben. Zwei Kronkurken. Okay. Was hat der hier? Der hat... Ja genau, der hat den Speer. Den er als Wurfspeer benutzt hat. Und der hat acht Kronkurken. Gut, das war jetzt nicht besonderlich viel. Okay, du hast es geschafft. Hier sind deine 600 Deckel. Wenn du noch einen Job willst, sprich mit unserem Chef. Ein gutes Wort beim Chef einlegen. Bis bald. Ja, okay. Damit hat sich der Auftrag ja erledigt. Wir wechseln mal rüber nach Downtown. Wir werden jetzt mal die Sachen verkaufen. Wir machen es jetzt mal rüber. zu comprom sulf bauen. wir machen es jetzt mal rüber. Und 32 Dr. Alle in die vele bare sitzen. Und da ist haltet. Vielen Dank.